Salve Atuti. Wir haben Mittwoch, den 23. und das ist ziemlich früh am Morgen. Und in dieser Analyse geht es um ein Update im Gold. Das hatte ich neulich gemacht. Und in verschiedenen Nebensätzen, in den DAX-Analysen, hatte ich auch gesagt, dass ich das Gold irgendwann mal shortgehe. Das habe ich dann auch gemacht. Das habe ich alles wieder zugemacht. Und zwar, finde ich, sieht das Gold nach wie vor eigentlich ganz gut aus. Heute Morgen um 4 Uhr kam ein Bericht, dass es wurde von den Zentralbanken weltweit sehr viel Gold gekauft. Einfach an die Türkei mit 31 Tonnen, gefolgt von, man höre und staune, Usbekistan mit 26 Tonnen. Das ist, die sind also insgesamt, die Zentralbanken, sehr aktiv. Jetzt gehen wir mal auf den Chart hier. Also für mich ist das so, wir haben diese fast vergleichbar mit den Indizes, das ist besonders mal mit dem DAX, machen wir es mal so. Wir haben diese fette Bewegung nach oben gehabt, hier von dem Dreifachboden. 1, 2, 3, so bei 1614 und dann hoch auf die 1786. Wir haben jetzt hier wirklich schön korrigiert. Das ist das, was ich für den DAX eigentlich mir auch vorstellen kann oder will für die nächsten paar Tage. Aber der ist noch nicht fertig. Wir sind jetzt hier von diesem High runtergegangen auf diese ehemalige Widerstandszone. Die hier, ich mache mal das Fadenkreuz raus. Diese grau schraffierte Widerstandszone sind wir eingetaucht und davon ein bisschen abgeprallt. Die kurze Technik, sprich die Tagestechnik, ist immer noch ein bisschen negativ. Hier über den Trendfolger, hier über die Stochastik, da gibt es noch keinen Grund, was zu kaufen. Wir haben noch nicht ganz das 38,2 Retracement. Das ist das hier von der letzten Bewegung gesehen, liegen aber relativ nah dran mit 1.720. Also bisher ist das nicht alles. Wir sind hier ausgebrochen als ein Back-to-Breakout. Hier hin, auf diese Zone, auf diese Bereiche. Das ist eigentlich ein Klassiker. Wir haben den Downtrend von 2022, der ist weit weg, bei 1.650. Und ich habe diesen 21-Jahrestrend noch drin, aber eigentlich muss ich den nicht jedes Mal zeigen. Das heißt, momentan macht das Gold eigentlich eine perfekte Bewegung. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir nochmal hier auf diese 1.720 gehen, wo wir den langen Aufwärtstrend haben, das 38er Fibo-Level und auch hier verschiedene Chart-Punkte. Wir haben uns immer ganz gern mal mit dem Bereich von 1.720 beschäftigt. In der Zwischenzeit wird die 20-Tage-Linie steigen. Also das hier ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und unabhängig davon, wenn wir jetzt mal hier runtergehen sollten, würde ich auf jeden Fall anfangen, Gold zu kaufen. Ich glaube, es ist über den Tag hinaus, jetzt auf die Sicht von den nächsten 4-6 Monaten, ist es für mich weiter positiv. Gerade der Monatschart sieht wirklich ganz gut aus. Ich hole den jetzt hier nicht rein, weil diese Texte hier, die würden den Chart überdecken. Aber der sieht wirklich ganz gut aus. Also vielversprechend. Nur nach dem Motto, das ist jetzt mal fertig. Das wäre jetzt also die Wunschzone. Ich habe, die lege ich jetzt gleich schon mal hier rein, zwei Scheine ausgesucht. Und in denen werde ich mich auch tummeln. Ich mache mal den Put zuerst, weil den will ich nicht so haben. Das sind 1819er. Da liegen wir hinter der 200-Tage-Linie. Das ist im Moment ein 22er Hebel. Das ist die GX5 F7V. Da ich aber grundsätzlich recht positiv bin für das Gold und hier nicht mehr so viel Risiko sehe, werde ich mir den zwar anschauen, ich packe den auch auf die Watchlist, aber ich glaube nicht, dass ich mich in dem jetzt hier tummeln werde. Für mich ist der hier interessanter. Das sind 1621er. Da sind wir hier in diesem Bereich. Das letzte Mal hatte ich einen genannt. 1550, weil man deutlicher war da drunter. Das sehe ich nicht mehr so. Das brauche ich nicht mehr. Ich kann den Hebel erhöhen und kann hier oben hingehen. 1621. Im Moment ein Hebel von 14 mit der Kennnummer GX2Y1E. Meine Idee ist eigentlich die, dass ich hier in diesem Bereich die ersten 10% kaufe. Wenn wir dann hier runter gehen sollten, weitere 20 bis 30%. Da bin ich zwischen 30 und 40% der Gesamtposition. Und dann warte ich auf, bei euch sind es wahrscheinlich grüne, bei mir sind es weiße Kerzen, bis wir diesen Punkt hier wieder überbieten. Das ist die 1750 mit Schlusskurs. Dann macht die Position zu, im Sinne von mehr kaufen. Es kann sein, das glaube ich allerdings ehrlich nicht, dass wir sogar die 1700er nochmal beschnüffeln. Aber ich finde, das Gold sieht, nachdem wir jetzt diese schöne Korrektur gemacht haben, auf diesen Aufwärtstrend hier, finde ich, sieht ganz gut aus. Ich möchte das nicht short gehen. Ich möchte das eher auf Sicht von ein paar Wochen long gehen. Wie gesagt, so ähnlich sieht der DAX auch aus. Diese Bewegung fehlt hier. Die wird auch irgendwann kommen. Aber ich glaube, der DAX ist noch nicht fertig. Ich kann mir nach wie vorstellen, eine 14.700. Aber dann wird der das hier auch machen. Das 38er beim DAX, wenn ich das mal so ganz grob rechne, das müsste irgendwo sein, so bei 13.850, 13.900. Wäre dann das Gleiche wie diese Bewegung hier. Das sehe ich also schon. Ich glaube schon, dass wir unter die 14.000 nochmal gehen. Aber wir sind ja hier beim Gold. Und das macht eine perfekte Korrektur auf diesen Aufwärtstrend hier. Ich mag das. Ich bleibe da tendenziell eher long. Ich sehe Kurse im nächsten halben Jahr von über 2.000. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.